Gedämpfte Stimmung bei den Wahlpartys von SPD und CDU in Sachsen gestern Abend. Beide Parteien haben bei der Europawahl in Sachsen erneut Stimmen verloren. Gewinner des Abends hingegen die AfD. Nachlese bei der CDU in Berlin heute Morgen. Die Hauptverantwortung für den Zugewinn der AfD sieht Sachsens Ministerpräsident beim Kanzler und der Ampel. Ein weiter So gibt es nicht. Und die zweite Erkenntnis ist, dass wir aufhören müssen, immer nur über andere Parteien zu sprechen, vor Rechtspopulisten zu warnen, uns gegenseitig abzuverlangen, dass wir Bekenntnisse zu allen möglichen Themen abgeben. Bewegung im Parteienspektrum erhofft sich hingegen die sächsische AfD. Also ich glaube vor allen Dingen die CDU sollte mal darüber nachdenken, ob sie mit Michael Kretschmann wirklich die richtige Führungsfigur hat für ihre Partei. Er ist ja einer von denen, die am härtesten diesen Abgrenzungs- und Brandmauerkurs fahren. Nicht zum Erfolg der CDU und natürlich auch nicht zum Wohl des Landes. Eine Kooperation mit der als rechtsextremistisch eingestuften AfD lehnt Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dirks entschieden ab. Wie auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Aus dem Stand erreichte die erst im Januar gegründete Partei 12,6 Prozent in Sachsen. Das zeigt doch, dass viele Bürger mit der Politik, mit der herrschenden Politik, mit den herrschenden Machtverhältnissen sehr unzufrieden sind und doch sich nicht wiederfinden in der Politik. Und das ist natürlich für uns ein großer Vertrauensvorschuss. Da sind wir auch sehr dankbar. Enttäuscht über den Ausgang der Europawahl zeigten sich hingegen die sächsischen Koalitionspartner Grüne und SPD. Allen Einbußen zum Trotz sieht SPD-Landeschef Henning Hohmann seine Partei in Sachsen auf einem stabilen Kurs in Richtung Landtagswahl. Es geht im Übrigen nicht darum, wer stärkste Partei wird, sondern es geht darum, dass wir nach der Landtagswahl in Sachsen eine stabile Regierung bilden können. Und das werden wir, wie gesagt, nicht nur an der Frage Kampf gegen Rechts und Sorge um unsere Demokratie festmachen, sondern wir werden das auch bei starken inhaltlichen Punkten festmachen. Wir müssen natürlich auch über das Erscheinungsbild der Ampel sprechen, hier in Sachsen, natürlich in Berlin. Und dann geht es darum, dass wir anders kommunizieren, dass wir klarer kommunizieren, dass wir deutlicher herausstellen, wofür wir stehen. Das Credo, kein Rütteln an den Zielen, stattdessen nachbessern bei der Kommunikation. Unter 5 Prozent landet schließlich die Linke in Sachsen. Einen Grund hierfür sieht man in der Wählerwanderung zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Anhand der 4,9 Prozent, die wir jetzt in Sachsen haben, ist das Ergebnis mit dem Blick auf den 1. September, da weiter parlamentarisch vertreten zu sein, eine lösbare, aber eine Herausforderung. Eine Herausforderung, für die nicht mehr viel Zeit bleibt, denn schon am 1. September wird der Sächsische Landtag gewählt.